Hallo ihr Lieben und heute geht alles über Ostern ist unser Thema. All about Easter. And we're gonna go ahead and learn some of the most important words that we have been using in this unit. Alles über Ostern. Das ist der Osterhase. Der Osterhase. Hallo lieber Osterhase. Der Osterhase versteckt die Ostereier. Der Osterhase versteckt die Ostereier. Das ist der Hase und die Hesen. Der Hase. That's our boy bunny. Die Hesen. That's our girl bunny. Hesen. Das ist das Osterei. Das Osterei hat ein Muster. Das Osterei hat ein Muster. Muster. That's a pattern. Pattern. Muster. Das Osterei hat ein Muster. Das Osterei hat Farben. Die Farben sind blau, grün und gelb. Blau, grün und gelb. Das sind die Pinsel. Das sind die Pinsel. Die Pinsel. Die Pinsel sind zum Malen. Die Pinsel. Wir malen mit den Pinseln. Farben. Die Farben sind zum Malen. Und schau, dort ist auch ein Pinsel. Die Farben. Viele Farben. Die Farben sind bunt. Die Blumen. Die Blumen blühen im Frühling. Die Blumen sind bunt. Es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blumen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf Ostereier. Die Blumen. Das ist der Osterkorb. Der Osterkorb hat viele Kleinigkeiten drinnen. Der Osterhase versteckt die Ostereier und den Osterkorb. Der Osterkorb. Das Schaf. Bäh, bäh. Das Schaf. Das Schaf hat ein weiches und weißes Fell. Das Küken. Das Küken. Das Küken ist gelb. Das Küken trägt ein Osterei. Das Küken trägt ein rosa Osterei. Das Küken trägt ein buntes, pinkes Osterei mit Punkten und einer Schleife. Und zu guter Letzt, wir wünschen frohe Ostern. Happy Easter. Frohe Ostern.